um Jo und dos haben wir wieder bei minecraft vorher ist Hex nein starb 6 was er ist das immer wieder ich muss den Mann an der Anfahrt machen und ja stecken geblieben 4 die Wurziger Bauer und vor allem Blut takt zack und Ende ja ja jetzt hat man es wird Ahrer sich übernehmen wo soll ich jetzt nennen kam er das eine Art Klämpel ich drehe gleich am Rad kann ich die nicht werfen nein nicht werfen aber gibt es eine Möglichkeit die zu vermehren nein 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 Entschuldigung musste aber sein Segment Empire anbieten schmerzen das ist lasst mich dich vermehren was wichtig wer nicht ich dich töten hat dafür eine Brille hat eine Brille Wodafuck nein kann ich von Rot-Ul-Craft sein oder flüchtig das ist mir klein und erstes wie das ist Wemot-Io war so ok doch dennoch brauche ich ein Rezept wie ich die verkackte Ender-Purle verfiefern kann und erscheint gibt es da nix und wenn da nix gibt dann werde ich ziemlich böse und versteht mich doch oder ihr seht das ja genauso wie ich oder wo soll ich hier zum Gotteswillen mal ein woher fikt ein Enderman her entgibt es Geist wir werden was machen was ich eigentlich nicht machen wollte aber wir haben keine Walfisch wir haben keinen Walfisch ey ihr wird es mir verzeiht wir werden hier mal entlang auf dort drüben haust jemand und den gehen wir jetzt besuchen und schauen ob der eine Ender-Purle hat und wenn der eine hat dann klauen wir ihn hier einfach natürlich gehen wir ihn wieder zurück so sind wir nicht aber wie gesagt bis ich jetzt einen Enderman finde ich möchte die Aufnahme nicht beenden nur wenn die einen doofen Enderman die ich sie lieber klauen und wenn er keine hat ja dann hat halt keine aber wir haben ein Problem und das Problem wenn wir wahrscheinlich nicht zu schnell lösen können ne keine Ender-Purle auch keine auch keine ja ein uhr wir haben sie geklaut la 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 cd nix ja weil sie nichts was ich mache holen und zack wechseln war und der Verkauf der Sitz ein Affe naja dann haben wir das mal geschafft so jetzt aber so ob das so klappt wie ich mir das vorstelle das sehr heiße natürlich eine andere Frage aber ich habe schon Angst dass das das nicht funktionieren wird so wie ich mir vorstelle er braucht auf alle fälle ein das ist klar kommt du mal weg dann kommt hier schiff 3 klick dann gehen wir hier runter stellen den block am besten wenn es geht unterhalb hier hin und recht glück lenkt ja das klappt also link heißt der block und der da oben sind jetzt verbunden und wenn ich jetzt hier ich hoffe dass es geht hier ich hier hier ein signal mache sollte der da oben eigentlich ungeschalten sein aber ich bezweifle dass das funktioniert ja weil wir da etwas machen müssen was ich eigentlich nicht wollte nicht wollte hat IO und zwar brauchen wir jetzt noch diese scheiß Redstone Upgrade Karte und die ist natürlich verflext kacke weil wir brauchen hier irgendwas grünes ich habe nichts grünes ich habe kaktus kann man ja hier mal einwerfen was natürlich auch nichts bringt wir müssen eh hinlaufen oh da haben wir ja noch nichts zurückgebracht naja kann man ja anders schon da auch mal mitnehmen noch so die fühlt sich wieder und jetzt müsste er gleich da sein der kaktus hallo bitte ah jetzt bitte sie ein glauben wir uns dann gucken wir mal ob wir den irgendwie vervielfältigen können ja mit 2 x wärs gewesen aber den kaktus stellen wir uns gleich auf dann haben wir wenigstens noch aber sonst haben wir gar keine so wie ist das mit kaktus der muss einfach nur auf sand stehen glaube ich gell der braucht jeder wasser sonst noch was denn das sand braucht er so 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 auch noch mit wenn wir schon dabei sind stellen wir den kaktus am besten irgendwo im weg damit wir den öfters ernten damit dass das so anbiss dass wir ihn öfters ernten so auch genauso wie diesen dämlichen strauch den hätte ich auch immer wieder weil er mich so anbiss ist eine blank karte wenn man gleich zwei mal und dann so eine redstone karte und was macht diese redstone karte ja das was sie sagt ich muss ich hier reinlegen und jetzt da hat der leuchtende rot und jetzt sollte der eigentlich umgeschaltet sein du dummer und du Junge du mensch alter was los mit dir so zack blink nein doch nicht oder umgekehrt link den hier clear also passt juma zeigloch der link wird dies für da hat also shift recht zack und recht klick ok link und ja fuel was brauchst du für ein fuel alter wird mit dir verkehr die kohle nein pfff Dokumenten ist gewesen das wäre was ja bleibt er entschuldigt ich müsste es nicht weiter für fuel porten die Brutto was so war das ist mir logisch aber was für ein fuel brauchst R8 Blöcke das müsste sich eigentlich auf stellen wir dir mal ein bisschen weiter näher vielleicht braucht er doch eine kleine Range das kann die Haussetzungen irgendwas klick first block so ist gelingt dann was ich würde ich nicht ob ich hier drin der Wettstow Karte Wettstern upgrade und scheitern anschalten und du musst jetzt oben die Maschine hat sie aber nicht dann fliegt der Karte man muss das klappen Prozent das ist das so klappt so Freude noch weiter umärgert mich das heißt in dem E-Kurs das Rest zu sehen ein Stück normale Lärm können wir es die Bauern ein Jahr kein Glouster was haben wir sonst dort aber auch nix irgendwas was er ist das in der kunden damals noch auch wenn man muss hier um ärgert sich ich weiß gar nicht ob das so geht so jetzt und dort hier drauf die leuchtet und da so wenn ich hier sagt das geht mal nicht block gibt sie als sofort cannot linken so das war noch was anders ob das vielleicht geht hoffen und zwar du wirst mal absichtlich hierhin dann du mit den verlinkt gut dann bekommst du mit den dann bekommst du das rest und abgehört rein dann du 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 wirst du du so ha Ich will mich da verarschen. Dann nochmal Etremote IO Thermal Expansion Jetzt müssen wir nochmal gucken Blank Upgrade Item Upgrade ist klar Fuel auch Petcraft ist auch klar Tier 1 Quaste Menschen brauche ich nicht Zeit Anyway Upgrade brauche ich auch nicht Witz dann Upgrade Thermal Expansion Universal Electricity Upgrade Keine Ahnung was das ist T23 Uber Upgrade braucht auch keiner Deploy the Logistics So was könnte man dann noch Skylight braucht auch keiner Das auch nicht Side Proxy könnte ich noch nehmen Aber Da bin ich nicht Das Die haben sich die Leute das eigentlich vorgestellt Können die mir das eigentlich mal sagen Was ist wenn ich hier die Engine Nein die kann ich hier nicht bauen Ah ne das geht auch nicht Ah ne das geht auch nicht Ich kann nur den bauen Wenn den Bauer dann geht der nicht Und wenn nicht hier geht auch nicht Von unten Wäre eine Möglichkeit dann muss ja Wasser von oben Wäre eine Möglichkeit dann muss ja Wasser von oben Und mal hier Du hier Und und der war habe ich nicht Du dann So aber das schaut dann wie er scheiße hallo lass mich drüber wo bist du denn hier ja das geht und jetzt könnte ich theoretisch das würde klappen aber ja dann habe ich hier hoppa wenn ich hab da kann ich noch nicht das signal geben wenn ich den hopper den vielleicht klappt das ja wenn ich den bergenden signal geben übernimmt er das da gibt er das signal das heißt ich musste hier mal weg da muss ich hier märbeln bringt nichts da muss marbel hin da kann ich nichts dran ändern ich komme sonst nicht vorne und hin zu recht mit der art und wer ist sau dann arbeite da kann ich den ohne probleme hier schön aus und einlaufen lassen und dann werden wir einfach hier dann kann ich den bergenden dann muss ich hier ohne computer unterbringen ich dachte mir vielleicht das computer hier ein paar aber das geht ja auch nicht leute leute er wisst ja gar nicht wie schlimm das ist wenn man hier bauen würde das geht nix auf alle fälle muss hier in der uhr an das passt mal die kiste auch ausräumen ich kann ja nie das geht auch der lieb doch das können wir machen aufpassen dass der scheiter nicht runter fällt das mit diesen upgrades da das verstehe ich nicht da muss ich mal gucken normalerweise müssen sie funktionieren wie ich es gesagt habe oder getan habe aber okay wenn es nicht will wird nicht können wir auch nichts daran ändern warum werft jetzt nichts mehr aus 64 ich dachte das geht jetzt Leute warum nimmt er das jetzt da von oben raus warum nimmt er das jetzt da von oben raus aber ich kann ihnen ja sagen äh Whitelist das hier so und den hier das geht nicht und jetzt müsste er wieder normales raus ja ok das macht mich fertig die ganzen matzi so hier ist nix und du kommst hier rein schmitte lieber durch ne kann eigentlich nichts draus machen normal oder geht das hier so rein das hier so rein rein geht aber macht nix draus so ja und du doch dazu und dann passt das ne geguckt ne spinne ich geh nochmal nach Hause schlafen und dann war's das auch für die Folge und dann gucken wir uns in der nächste Folge wie wir weitermachen macht's gut lasst ein Like und ein Abo da teilt das Video kommentiert schreibt eure scheißigen Sachen rein ne Scherz schreibt einfach rein dass ich doof bin oder wie ich es besser machen könnte dann bis zum nächsten Mal Ciao